Heute dreht sich alles um das sehr kleine Stadion und den Baulap. Immer wieder hört man es im Discord und auch auf verschiedenen anderen Kanälen, wie man denn so ein Stadion bauen soll. Es gibt da so ein paar Grundregeln, die ich euch heute mitgeben möchte und ich erkläre euch mal, wie ich denn auch bei dem Stadionbau vorgehe. Denn ich habe ja nicht nur eine deutsche Mannschaft, sondern eben auch noch in anderen Ländern eine Mannschaft, wo eben dieses Thema auch immer wieder groß geschrieben wird. Klar, für nicht jeden ist es einfach, in dieses Stadion zu kommen, vor allem in der sechsten und fünften Liga ist es schon sehr, sehr weit weg. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja trotzdem dennoch schon das Geld dann irgendwann zusammengespart und kann dann anfangen zu bauen. Das Wichtigste in der sechsten Liga ist, dass es nicht unbedingt ein reines Sitzerstadion sein muss. Man kann tatsächlich auch mit Stehern dort mehr Geld verdienen, wie mit einem Sitzerstadion, wenn man Steher baut. Das ist einfach deshalb bedingt, weil der Preisunterschied in der sechsten Liga nicht ganz so groß ist. Bedeutet, da ist meistens nur ein Euro die Differenz und den holt man halt raus, weil das Verhältnis zwischen Sitzern und Stehern ist 1,5. Bedeutet, man bekommt 1,5 mal so viele Steher, wie man Sitzer bekommt. Was gehört eigentlich noch so zum Stadionbau dazu? Tja, ganz, ganz wichtig ist natürlich der Like-Button hier, der Abo-Button und das Glöckchen, denn wenn es im Stadion keine Durchsagen gibt, wo die Glocke vorher läutet, wie soll es dann funktionieren? Ab der fünften Liga lohnt es sich dann aber schon eher auf Sitzer zu gehen und ganz wichtig, vergesst die Business nicht. Deshalb, ich zeige euch mal, was die Kosten wären in der sechsten Liga, wenn man zunächst nur Steher baut. Da kann man mit 1,8 Millionen schon anfangen, aber die 125 Business sollte man immer mitnehmen, weil die entsprechend mehr Umsatz generieren. Bedeutet, man kann dann entsprechend 2040 Steher bauen. Das wäre auf jeden Fall eine Option in der sechsten Liga. In der fünften Liga und höher würde ich definitiv den ersten Bau dann anstreben mit vollen Sitzern, was dann insgesamt 2.3.806 Euro wären. Das ist auf jeden Fall der Bau, den ich anstreben würde in der fünften Liga oder höher. Es ist ganz schön viel Kohle, aber wer weiß, man kann ja auch drankommen. Vielleicht hat man mal den einen oder anderen Spieler, den man verkaufen kann, um eben dieses Geld zu erreichen. Das wäre erst einmal der Grundbau, der auf jeden Fall definitiv mit Sitzern und Business gemacht werden. Macht euch noch nicht so viele Gedanken um Steher, die sind später wichtig. Am Anfang geht es eher darum, wirtschaftlich zu handeln. Wichtig zu verstehen an der Stelle ist auch noch, dass es sehr, sehr schwierig wird, in der sechsten und auch noch in der fünften Liga so ein komplett fertiges Stadion dann zu betreiben, weil man dann mit den Preisen runtergehen muss. Und es gibt so einen Cap, wo man sagt, okay, es kommen maximal so und so viele Zuschauer. Aber was ihr auf jeden Fall beachten solltet, vor allem in der sechsten und fünften Liga, sind die Steher. Denn die bringen laut verschiedenen Aussagen mehr Zuschauerinteresse. Auch bei den Sitzern, weil eben mehr Stimmung im Stadion ist, soll heißen, ein paar Steher sollten dann schon sein, aber eben nicht auf der Osttribüne. Und da kommen wir zu den Ausbaustufen. Wenn ihr also dann dabei seid und die verschiedenen Ausbaustufen dann angehen möchtet, wenn ihr das Geld dann übrig habt, könnt ihr euch entscheiden, entweder die Nord-, Süd- oder die Westtribüne zu bauen. Der Unterschied ist auch preislich. Auf der Nord- und Süd kann man etwas weniger Eintrittspreise nehmen, wie zum Beispiel auf der Ost und der West. Aber man kann die gleichen Preise auf Ost und West nehmen und dann eben auch Nord und Süd. Natürlich, wenn man das erste Stadion baut, kann man auch noch einen Namen vergeben. Das haben wir ganz vergessen. Also da oben könnt ihr den Namen dann auch anders gestalten, nach eurem Gusto dann entsprechend. Ja, und wenn ihr dann natürlich die Überlegung habt, was ihr als nächstes angeht und das Geld dann entsprechend auch habt, könnt ihr euch wie gesagt entscheiden. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch in der sechsten, fünften und vierten Liga zu überlegen, wie viel Geld kann man generieren, in welcher Zeit. Und für die meisten würde es wahrscheinlich Sinn machen, die Süd- oder die Nord zu bauen. Am Anfang würde ich auch sagen, dass man gegebenenfalls sogar Sitzer komplett baut, weil es einfach wirtschaftlich ein bisschen sinnvoller ist, da man das Stadion dann schneller abbezahlen kann. Aber wie schon erwähnt, gegebenenfalls macht es sogar Sinn, eine komplette Stehertribüne zu bauen, wenn man zum Beispiel das Geld hat, die Süd- oder die Nord in Steher zu bauen, dass man das dann tut und eine von beiden entsprechend für die Stimmung dann zuständig lässt. Aber das ist natürlich ein bisschen heftig, vor allem wenn das Stadion noch so klein ist. Ich würde eher sagen, dass wenn man jetzt dann da was hat, zum Beispiel die Nordturbühne sich baut, dann werden wir wahrscheinlich eher so in die Richtung 20 bis oder 15, also so 15 bis vielleicht 25 Prozent Steher machen, vielleicht auch 30 für diejenigen, die Bock drauf haben. Aber ich denke, zwischen 15 und 25 Prozent sollte langen. Das ist dein eigenes Gusto. Aber je mehr Sitzer ihr habt, desto mehr Stimmung geht. Und deshalb würde ich sagen, die 15 Prozent sind am Anfang nicht verkehrt. Das Umbauen später kostet auch nicht mehr Geld, wenn man zum Beispiel die ganzen Steher umbauen will in Sitzplätze. Wichtig ist auch noch, wenn ihr das Geld haben solltet, falls ihr das übrig habt. Man sieht ja schon, das hier kostet eine Million. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn ihr dann das Geld übrig haben solltet, wäre es tatsächlich sinnvoller, die West dann noch hinzubauen. Die kostet halt auch nochmal 1,98 Millionen Euro. Ist teuer, aber das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Oft kommt auch die Frage, was soll man denn bauen? Bauen, Dach oder eine andere Tribüne? Ich sage es mal so, wenn ihr das Geld für die West übrig habt, dann baut die West. Wenn ihr das Geld aber nicht übrig habt, kann es sogar sinnvoll sein, dass ihr gar keine Nord und Süd baut, sondern erstmal die Osttribüne überdacht. Die kostet dann auch nochmal eine Million mehr. Aber das bringt euch den Vorteil, dass ihr dann höhere Prozente nehmen könnt. Soll heißen, ihr könnt dann höhere Eintrittspreise nehmen. Und zu den Preisen, wie viel das dann sind, kommen wir später auch nochmal. Weil da ist natürlich dann auch noch entscheidend, wie viel Prozent das sind. Und da kann ich auf jeden Fall euch sehr gute Tipps geben, wie viel Prozent das Dach dann ausmacht. Es ist vor allem ganz sinnvoll, wenn ihr in der 6. und 5. Liga spielt und vielleicht auch schon mehrere Tribünen habt, zum Beispiel die West und die Ost. Je nachdem, wie ihr die Sitze verteilt. Ich würde vielleicht sogar sagen, so das optimale Stadion dürfte wahrscheinlich eine West, eine Ost, eine West, eine Ost und eine der beiden Tribünen sein mit Stehern. Dann habt ihr 28 Prozent. Und das sollte theoretisch noch gut in den Preisen funktionieren. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann schwierig. Heißt also, wenn ihr dieses Setup schon habt und das gebaut habt, ohne ein Dach gebaut zu haben, macht es mehr Sinn, nicht weiter Größe auszubauen, zum Beispiel die Nord- oder die Kurven mitzunehmen, sondern zu sagen, wir bauen jetzt erst einmal die Dächer und dann sind wir eh schon bei 7,5 Millionen Euro an Kosten. Aber damit fahrt ihr erst einmal in der 5. oder 6. Liga wahrscheinlich sehr gut. Müsst nicht so sehr mit den Preisen hantieren. Heißt, wir haben da 5.698 Zuschauer. Eventuell muss man ein bisschen runter, aber die Steher werden auch nochmal Zuschauer ziehen. Heißt, für mich wäre das Setup jetzt so, entweder mit der Nord- oder mit der Süd und komplett überdacht, das beste Setup, das ihr wahrscheinlich in der 5. und 6. Liga fahren könnt. In den höheren Ligen kann man theoretisch auch hingehen, sagen wir, baut nur Sitze ab. Der 4. Liga geht das auch. Ich würde trotzdem immer ein paar Steher mitnehmen, einfach weil es auch die Stimmung während des Spiels ein bisschen steigert und einen kleinen Heimvorteil auch bringt. Der ist zwar ganz, ganz klein, also ich konnte ihn bis jetzt noch nicht nachvollziehen, aber das ist auf jeden Fall eine Option. Warum das so wichtig ist, dass ihr eben auch Steher drin habt im Stadion und Sitzer. Bis zum nächsten Mal.